mal weg guckst du jetzt zu oder was? brauchst du endlich nicht ja deswegen ich spiel eh nur randoms auf meinem kanal Macher Schauf, Digga Was ist der Büro, ja? Let's do it! Oh, Digga, bei mir leht schon wieder alles, Alter, wie. Oh, Digga, bei mir leht schon wieder alles, Alter, wie. Oh, Digga, da war auch nur mehr Waffe. Scheiße, die fliegt weiter. Ach toll, ich bin raus, Digga. Wo seid ihr, weil seid ihr oben, oder ist? Dann geht die Schlafmärkte. Scheiße, Blatt. Was willst du hier oben? Ach, guck mal hier, die erste Random-Karte. Mensch, was? Wo ist denn die andere? Na, über. Oh, Digga, alles klar. Das ist mit dem Boden, Digga. So was haben wir. Ja, was ist denn so schlecht? So schlecht. Sässlich. Äääh. Ja, Philipp, so schlecht. O posts, da unten. Gut, dass es immer Energie, der entdeckt, wenn man schlecht ist. Oho. genauer lassen den spiel fuß goethe das war nicht das hat irgendwie keine ahnung aber wenn wir mit uns ist es auch scheiße die So, wo hin? Paradise Poems. Pass auf, jetzt spielen wir wieder Puskott mit grüner Tommigun. Yeah, aber wann hattest du denn so gemessen? Du lachst, wir müssen damit leben. Ha, ihr Lappen. Da brauchst du mal Fick nur in der Frage. Schatte von Tommigun, gerade eben. Ah, Mann, ey. Wie, Alter, was ist das für eine Sprache, Junge? Polnisch, Alter. Was soll die Name sein? Geht da jetzt hier kein Polnisch, ey. Ja, da werden wir halt gleich sehen hier. Mann, hier wird sie abgebrochen. Auf jeden Fall seh ich öfters mal an der Ska hier, Digga. Ich hab direkt zwei Skars gezogen, Digga. Und dann ist Ska, Digga. Ich glaub, die Tommigun ist wirklich raus, Digga. Also, wenn jemand Ska kaufen will, ich geb ab für 300 Heutz. Dann schau's. Dann schau's. Ach so. Okay, wenn ihr jetzt Fick haben, Digga, dann hol ich mich jetzt. Und das ist so. Oh, Bauchhälen. Oh. Ey. Ja, die waren noch nicht alles. Ja, warte, chill, chill, chill mit der Stadt. 2, 3, 1. Okay, ich komme. Was? Ich habe einen Bogen, Digga. Ich gebe Ihnen den übelst nicht. In der Luft, Digga. Bleib dann die ganze Zeit an mich drauf. Ist klar. Anonym, weil du Hugen so ein Heist, Alter. Und du, is er? Da ist er. Da ist One-Shot, Digga. Oder auch nicht. Da liegen bei Skars, Digga. Gönne. Boom, Digga. Headshot. Ja, da liegt noch meine Heavy Snapper. Die gönnst du dir jetzt, wa? Möchtet nicht. Vivi's Kater haben wir schon. Vivi's gerettet, 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 gerettet. Tett, tett, tett. Hey, wenigstens können wir beruhig sein. Ihr habt eine Skar von uns. Jawoll. Dankeschön. Ja, wenn der Sniper weiß ich, wer sagt. Mein Schatz. Digga, ich hatte drei Stück oder so. Da liegen auf jeden Fall genug rum. Danke. Da liegt auch noch einer. Oder auch nicht. Das war's komplett. Das ist sehr fett. Der war nicht schlecht. Hier liegt... Nee, nee, wir haben Olof. Skarmoni hab ich 190. Ja, das war's nicht. ich bin ein bisschen Es gibt einen Rift. Nein man, hier ist keiner Gar, hier vorne ist gleich die Drohne Aber sieht für mich aus wie eine Megadrohne Himmelsplattform Darf ich mich hier vom Türken zum Deutsch-Codes erlernen oder sowas Mensch was Mensch was Digga, alles gut Aber ja gut, dann Himmelsplattform Aber vorher loot ich hier noch ein paar Kakteen Digga Hey unten fliegt Norweger Geht mal her Oder gib mir Mischa Den Slap Kann man sich vollen Gib Mischa den du den Bei dir lohnt sich mehr Fahne ich hier nicht gerade noch? Da Es ist eine große beat Glocken Strict Warte 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 B tonnes WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay. Bis zum nächsten Mal. Oh, das ist ein Oberwärtschirm. Jawohl, komm jetzt aber gerade runter. Habe einen. Das war halt die andere, ja. Hier ist auf jeden Fall noch 496 Schultz, was jemand braucht. Was liegt denn hier noch? 38 Schultz. Der Bastarde, sagt er. Da, da, da... Da! Da, da! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, wer hat denn da gerade die Schräge gebaut? Stopp. Scheiße. War voll drauf, aber egal. Alles gut. Das ist doch nicht gut. Oh, ich hätte sogar genug Muni dafür. Oh, hier unten sind wir schon. 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 Zum Haien, Digga. Musst du mal hier unten gucken. Bei dem Lut bei denen. Ob da irgendwo was ist. Was? Was wolltest du jetzt, Isa? Für was denn? Alles? Einmal oder was? Ja, dann komm mal hoch hier. Da, sammeln die Dämoni ein. Ach! Digga, ich hab den meisten schon gemacht. Mein Spaß. Da sind welche. Such mal hier schon. Okay, jetzt ich guckee mich zu machen. Okay, ich guckee mich Nov. Ich bin ganz einfach aus, sehr, sehr, sehr. stance, Mort guests. Dann muss ichbüлем, was Christoph gegen mich désperrt sein? Haben Was ist das? Hey, hier sind nur drei Biggys, falls ihr mal braucht einen noch. Digga, ich hab einfach mal neun Kids, Digga, woher, Alter? Sag jetzt nicht vom Stil. Hater würden jetzt sagen vom Stil. Hau ab, das ist meine 10 da unten, Digga. Hau ab, das ist meine 10. Mann, Digga, komm mal, meine 10, gönn doch mal, Digga. Ich hab, Isa, locker drei, vier Kids geklaut. Komm, Digga, jetzt halte ich nix meine 10, gönn doch mal. Hau, 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 Hau. Dann können wir ein bisschen drüber reden, wie man sich clever anstellt und hohe Kids macht. Nein, Spaß. Ja, genau. Ah, herrlich. Nachher, ich will online gehen, ich schreibe Isa über WhatsApp, blockiert, nur einen Haken. Insta, du bist von Profi, der bleibt blockiert. Aber dann wünschst du mal ne gute Runde. Egal, ich häng dir auch einen Kill. Komm, wir gehen Ozean in den Server, dann kannst du mich abschließen einmal. Lisse freut sich doch auch, Alter. Hehehe. Wie spät haben wir es denn jetzt endlich? Oh, jetzt nur. Da hat er eine ganze Stimme, kann ich noch ungefähr. Da hat er, ich will, jetzt nicht mehr. Da hat er, ich bin auch gar nicht mehr. Ja, genau. Mega am hoy. Ja, aber. Vielen Dank. 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 Oh, 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 oh. Ach, genau, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir müssen in dem Haus sein. Ja, hier ist es aber. Das ist nicht mal. Oh, Mannschaft. Oh, was ist hier drin? Ach so, ja. Ich muss mich kurz hier heilen. Aber mich gehört, du brauchst ja auch was zum heilen. Ach so, gut. Ja, gut, dann bräuchte ich gleich noch die Mini hier vorbei. Ich muss die Verbindungen mit dem Rest einfach. Ich muss die Brauchens werden. Ja, ich muss die moments wiederinterpretieren. Ich kann sie, ich kann sie jetzt nicht vergleichen. Wenn ich dachte hier gros ist, ich. Okay. Okay. Mopop. Ich habe mich nicht mehr gesehen, dass ich mich nicht mehr gesehen habe. Ach klar, mach's gut, Mechka. Tschüss. 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 Oh, man. Oh, scheiße, Digga. Oh, there is ya. Komm, geh mit deinem Spielschirm, das sind doch acht Leute. Können ich nicht zählen? Hey, Mechka. Warum ist wie viel gequettet? Hm. Sind doch alle da, wir können doch starten. Eieiei, Eimer mit Profis arbeiten. Er kann ja nicht mehr zählen. Aua, aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Oh, der hat noch ein 48er Handy bekommen, von mir. Oh, du Hurensohn hatte. Kümmer dich schon mal um die anderen, die da unten noch sind, Mann. Ach, Mann, ey. Na da, hinter dem Ecker. Und der anderen sitzt hier unten. Was soll ich da? Was soll ich da? Was soll ich da? Was soll ich da? Ja. Danke, Felix. direkt reinkommen 312 1312 was ist denn jetzt mit Mischa hier das ist schon ein witz dass meine grieche da nicht funktioniert dann wäre das gar nicht so gut doch aber es ist nicht bevorderlich da hast du eh nicht mehr an das ganze Spiel ist broke ohne witz es fängt ja schon beim aufbären an so episch ja 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 ich ja 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 Meine Fresse, Digga. BAM! Und sonst wieder? Ja. Dann haben wir schon. Wattphase ist... Ich kann den nicht mehr erreichen, irgendwie. Ja! So... Tätet oder hat? Tätet! Ein bisschen aufräumen hier. Näh, Digga, aber er... Er ist ohne Tätet. Ich weiß aber nicht, was sein Plan ist. Ob er zucken möchte, was ich mitnehmen soll, über keinen Bock schon wieder die Brunnen mitzunehmen und alles, weißt du? Da ist mir keine Ahnung. Da ist ein Lama! Aus Yokohama! Uts! Uts! Was ist denn das jetzt da? Entschuldigung, der ist Lama, Digga, dann komme ich halt durch. Ich bin schon direkt, Digga, dann komme ich direkt rüber. Ey! Da kann ich ein Stück laufen. Da kann ich ein Stück laufen. Da kann ich ein Stück laufen. Okay, ich habe alles, Digga, ich komme zu dir rüber. Flick, mit dieser komischen türkische Airline-Bahn, Digga. Du weißt, was ich meine. Hier komme ich, Digga. Oh, das ist besser. Entschuldigung, nichts nachträglich. Ich habe dir, nr強, ich habe wirklich Spaß gemacht. Mein Herr! Ich habe total die Rappen, das ist noch ein practise. Ich habe total einen Teil in derме, Ich habe total einen Teil im Nähe studio eine Arbeit gestandelt. Ich habe total einen Teil im Entsch featuring. Ist sehr, 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 sehr. Ich will das nicht wissen, was ich zum Beispiel. Du weißt, was ich hier im oftest? Das war ein Stück, das ist. Ah, das ist eine Dziwung, wenn ich das nicht. ich kann nicht sagen da kann ich ja keiner gelandet oder? kann nicht sein verrückt hier viel zu verrückt hmm tschüss kam dir gerade so rausgeschossen ja 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 Eine Minigamma Geine Minigam Willst du dir bitte nochmal was geunert an? Uh, hallo! Oh, hallo! Brauchst du irgendwas am Muni, Digga? Ey! Was soll das hier sein? Oh, hallo! Die Pumpe habe ich bis jetzt auch noch eine graue Taktische gesehen Dann ist er eine blaue Neue Zone Ne, man, Digga Heftig, oder? Ich dachte jetzt, oh ja, okay, noch ein paar Runden Action getätet, aber okay Oh! Oh, roh! So Sollte Schöp mir die Köp, Digga. Ich komm zu dir. Wo bist du denn? Ich komm mal, ich geh nicht dafür, dass ich hier vom Kegel geklaut hab. Wir können sogar mit der direkt durchschlingen bis zur Zone. Oh, hier unten nirgends sind welche. Egal, einfach weiter, oder? Okay. Okay. Schöp mir kurz, ich kann grad nicht, Digga. Scheiße. Oh, Endfeind, ja. Digga, wieso ist denn da oben dein Bild, Alter? Ach komm, oder? Stream, Digga. Ach so, oder? Aber ein. Sorry. Weiß, war wieder gestiert. Guck mal, da hast du sogar dein Baby. Ja. Da, wo ich bin, bei den Grabplatten kannst du reinlaufen und dann... Ich spüre dich gerade, wo ein Lagerfeuer ist für uns. Ja. Da holen wir gleich mal hin. Und du bist ja direkt da hin, wa? Oh, oh, oh. Ach komm. Mann! Ah, Lappen, Alter! Scheiß Lappen, Digga, und ein scheiß Abstauber! Naja... Komm, eine Runde machen wir noch, Digga, und dann muss ich aber ausmachen. Ja, warum ausmachen? Weil eure Eltern kommen? Nein, die kommen erst 15. 14? Nein, ich hab nur die Befragung, 15. Ja, die hat sich über die Frau und sie sagt 14, und dann hast du schon... Ja, sie hat 15 gesagt. Gähen, Gähen, Gähen! Gähen! Gähen, Gähen, Gähen! aber ist jetzt das problem nicht mehr wahr mit dem rauschen dann ist über kamera quatschen nicht besser so dieser 13 kürz mich jetzt sehen von uns du sie mich sechs oder nicht von was ich auch simon du sagst musst du warum ist der blau pumpe scheiße als ob das kein abseits war der wort hat aufgehoben du bist so ein hurensohn alter da musst du drüben bleiben darfst du nicht raus kommen sonst macht der das war eine neue Lösung ins Versuch im Tor zu bleiben dass die blauen Pumpe von innen holt dann macht er so ne scheiße so das spiel ich auch kein Torwart mehr bei dem Teil man hat keine Chance an den Hausten hier ist da so eine blau pumpe die meine ich entweder macht der bist du oder diesen Superman Punch oder was weiß ich das ist total länger das ist total länger das ist total länger das ist total länger hier ist einer warte mal jetzt noch mal was ist jetzt nur los dass wenn die kommen Felix oh wenn du dir ein Video gemacht hast was weiß ey sind wir jetzt 15 Uhr oder 15 Uhr? ja wir können gleich kurz oder? haben die Frage gesagt die kommt 15 Uhr oder? nein 14 Uhr ich habe nur die vorhin gefragt sie meinte 15 Uhr zu mir komm die Runde zählt nicht noch eine Runde dann geh ich los und was sagt uns das Isa? voll angepisst nichts ist ja auch ein dreckiger Scheiß ne brauchst du ja auch nicht freuen ja ok dir ich brauche noch darunter nicht koten Digger Vanilli Digger ich kann erst so 18 Uhr weil meine Großeltern kommen gleich ich verstehe dich nicht ja ja hast du mich jetzt besser? ich habe gesagt ich kann erst so zwischen 18 Uhr wenn meine Großeltern gleich kommen dann gehen wir Eis essen und so ich rufe dich dann an wenn ich Zeit habe durchst, ich er intervene Opfer Digga määä määä mää... määä s pare Alter da war ganz schön Digger Burger, Bihu! Burger, Bihu! Okay! Ja, Haus Legion wäre nicht dicker hier, schon wäre Minecraft, Alter. Oh! Alles Roger! Alles Roger in Kambodscha! Oh, das ist eine Schraube. Oh, das ist eine Schraube. Wenn ich auch keine Schraube machen habe, dann geht es auch um die Schraube! So, wenn ich die Schraube, die Schraube schraube, dann kann ich mal den Schraube machen. Dann in der Schraube, die Schraube und der Schraube schrauben die Schraube und der Schraube auskennen. Vielen Dank. Ich brauche gar nicht die Kiste in der Mitte zu holen. Ja, Digga, ey, der Spider-One-Shot. Reicher Junge, 178, Digga. Ja, bestimmt werden wir deine Mutter die ganze Zeit ab und schaffen, du kleiner hohen Sohn. Egal, Digga, ich muss erstmal aufsetzen. Ich weiß auch nicht, zocken wir da rein auch, entspannt. Ich muss nur, ich weiß ja nicht, wie lange bleibt ihr hier? Da hin, Alter. Kann ich dir nicht sagen. Ich denke mal so, dass ich jetzt nur wieder on bin. Hoffentlich. Auch kein Bock jetzt raus. So lange rumzugucken. Ich schreib einfach durch, dann. Bis dann. Ciao, ciao.